wir müssen der realität einfach ins auge sehen lachen ist jetzt gesundheitsgefährdend so zumindest wenn man dem chef des rki lothar wieler glauben schenkt und der muss es ja wissen der übersieht nämlich die bundesweiten corona bekämpfungsmaßnahmen um das mal so zu nennen und der hat festgestellt oder seine agentur sein sein institut hat jetzt festgestellt dass die übertragungen nun hauptsächlich im privaten umfeld stattfinden also da wo wir uns am sichersten fühlen da ist es jetzt am aller gefährlichsten und am aller aller gefährlichsten ist es wenn wir dort wo wir uns sicher fühlen also zu hause auch noch mit mehreren leuten dann dort sind und dann auch noch aktiv sind so viel luft durch die gegend wirbeln und auch noch ohne maske und dann fliegen die viren überall rum und dann gehen die einfach von einem zum anderen und das bringt dann ja positive test resultate möglicherweise möglicherweise kommen die positiven test resultate aber auch auf anderen wege zustande vielleicht weil es falsch positivere test resultate sind oder weil die test proben kontaminiert sind aber das ist auch alles gar nicht so klar und auch gar nicht so wichtig denn wir wissen die lage ist jetzt ernst und droht außer kontrolle zu geraten das bedeutet wir haben sie ja noch unter kontrolle was interessant ist weil wenn ich etwas unter kontrolle hätte dann könnte ich es ja beenden aber so gut haben wir es dann scheinbar auch nicht unter kontrolle aber das ist auch egal denn wir wissen jetzt mit sicherheit dass die gefahr vor allem da lauert wo wir sie am wenigsten erwarten und das ist im engen kontakt mit denen die wir lieben und mit denen wir zusammen leben ja da stört es dann auch nicht dass co2 rückatmung ja letztendlich die rückatmung von ausscheidungen bedeutet es ist eine nicht sehr weit verbreitete praxis zu meiner kenntnis oder nach meiner kenntnis ausscheidungen wieder in den körper zurückzuführen aber in diesem falle ist einfach vorsicht geboten denn seit spätestens letzter woche oder in den letzten vergangenen tagen wissen wir ja von der weha amtlich bestätigt durch die studie von janis johannidis dass die sterblichkeit von corona irgendwo bei ja etwas über 0,2 prozent liegt und damit im bereich von influenza und da wie wir im letzten video gesehen haben die influenza ja jetzt kein problem mehr ist und keine gefahr mehr ist müssen wir jetzt den corona virus besonders ernst nehmen aus diesem grunde appelliere ich noch mal an alle bitte hört auf zu lachen hört einfach auf zu lachen und wenn du jetzt lachen solltest dann machst du schon etwas falsch es tut mir leid das ist einfach die realität ich schenke hier nur rein wein ein und das mache ich so wie lothavila es vorgemacht hat was ich auch von lothavila übernehmen möchte ist seine empfehlung die maskenpflicht jetzt möglichst umfassend auszuweiten es reicht nicht aus in öffentlichen situationen und in arbeitsräumen und ähnlichem die maske zu tragen die maske sollte überall da getragen werden wo jemand anders hinkommen könnte der eventuell das virus dann aufnehmen könnte wenn er keine maske trüge denn wir wissen ja die masken die halten die viren ab zumindest wenn zufälligerweise eines von diesen kleinen virus partikelchen eben auch so ein gewebe strang trifft was nicht so oft passiert aber es passiert und damit ist es was gutes also um den sack zuzumachen wir sollten jetzt darauf achten dass wir den virus nicht weiter verbreiten aktionen wie sein immunsystem zu stärken durch geselligkeit lachen freude diese dinge die sind nicht empfehlenswert denn das immunsystem ist nicht rentabel für irgendwen auch das müssen wir uns einfach noch mal klar machen wenn wir unser immunsystem jetzt stärken würden indem wir auf diese empfehlungen verzichten und vielleicht sogar das genaue gegenteil täten dann würden wir einem bereich der gesellschaft einer wirtschaft ja einem wirtschaftszweig seine lebensgrundlage entziehen der für unser überleben essentiell ist wir wissen ja seitdem weniger kinder geimpft werden geht die kindersterblichkeit zurück ich habe mal gehört das habe ich jetzt nicht bestätigt aber so um 30 prozent 30 prozent weniger kindersterblichkeit aufgrund fehlender krankenhausbehandlung beziehungsweise impfung und ähnlichen gründen also dieser lebensnotwendige zweig die pharmaindustrie der für uns so viel gutes tut der hat überhaupt gar nichts davon wenn wir das gegenteil machen von dem was uns empfohlen wird und lachen lachen ab und zu mal lachen okay vielleicht ist lachen doch okay vielleicht liegt hier irgendjemand falsch aber das rki nicht denn das rki ist eine behörde eine hochseriöse behörde die von einem absoluten expertenteam beaufsichtigt und gelenkt wird und zwar in person eines tierarztes und eines bankkaufmanns also jetzt bin ich selber verwirrt ich denke ich werde mir vielleicht eine halbe maske aufsetzen und das zur hälfte der zeit oder eine ganze maske für ein viertel der zeit oder gar keine maske und das vielleicht die ganze zeit nee das wäre ja jetzt wieder komplett das wäre dass das das will keiner das will keiner keine maske will keiner oder wollen wir vielleicht doch keiner eine maske ja also jetzt bin ich raus ich empfehle stärkt euer immunsystem und das durch viel freude und lachen versucht eure ausscheidungen dort zu lassen wo sie hingehören und zwar außen und ich glaube das war's macht's gut ja